Das ist die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Norden, erkennt man wunderbar. Wir fahren in Richtung weiter und sehen die Brücke der Bundesstraße 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf. Auf diesem Lagerplatz wird später die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Süden entstehen. Hier nochmal etwas genauer, die vier großen weißen Silos sind bereits abgebaut, weil die A49 schon fertig betoniert ist. Das ist die Anbindung der A49 an die B454. Der Blick von ganz oben zeigt die Anschlussstelle Stadtallendorf-Nord mit dem neu entstandenen Gewerbegebiet und der neuen Zufahrtsstraße in den Ort.